Herzlich willkommen zu Milchtute und mir. Das ist die Milchtute, ich bin mich. Wie geht's dir, Milchtute? Ach man, Simon, jetzt schmoll doch nicht. Komm, hier, kriegst du einen Schlag auf den Arm. Na, ich brauch den Jungen auch nicht, denn nach dem Grafikfeuerwerk im PC-Bereich kommen wir jetzt zu der PlayStation 2-Version von Colin McRae Rally 4. Und damit habe ich auch den kleinen... Du sollst ja echt mal wieder rasieren, Simon. Also ich habe mich heute Morgen rasiert. Ich kann gegen die Natur halt nichts ausreden. Aber nicht im Gesicht bestimmt. Aber es wird nur schwindelig. Wenn du kotzen musst, bitte außerhalb des Bildausschnitts.